Ahoy, liebe Camping-Freunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Jetzt ist es soweit, ihr habt es gelesen, wir gehen dem Ding an den Kahn. Und nicht nur den, nicht nur der Sache, sondern auch mehr. Und wann geht es los? Nach dem Intro. Also, wir haben vor, neben der Klimaanlage, die soll hier raus, weil aus dem einfachen Grund, sie wird nicht benutzt. Genau. Es macht keinen Sinn, die hier am Board zu haben. Wie viel Kilo haben wir ungefähr? Ich glaube, laut Anleitung waren das irgendwie, weiß ich nicht, 30 Kilo oder so. Wir werden es nochmal gucken, dass wir das rausfinden und dann nochmal entweder einblenden. Aber machen wir ein Beispiel. Zwischen 20 und 30 Kilo weniger ist immer viel wert. Ja. Und auch dieses Fenster hier, jetzt wird es gleich richtig hell nochmal für uns, hat einen blöden Verschluss. Den muss man runterziehen und dann in die Richtung. Und ihr seht jetzt schon, dass das für mich total anstrengend ist. Und ja, für alle anderen natürlich auch. Und auch andersrum. Du musst ja dann wieder drehen. Ne, nach unten runterziehen und dann in die andere Richtung. Also es ist halt schon sehr schwergängig und wir haben uns überlegt, wir bauen uns ein leichtes Fenster. Genau. So wie wir es im Malibu haben, so bauen wir es ja auch ein. Aber eins nach dem anderen. Und ich glaube, jetzt ist interessant, was für ein Material und was für ein Werkzeug alles so gebraucht wird. Genau. Dazu gehen wir jetzt raus, schauen uns das gemeinsam an, damit ihr das auch nachbauen könnt. Und wir nehmen euch mit dem gesamten Einbau natürlich mit. Ihr werdet Schritt für Schritt das sehen, wie wir die ganzen Sachen ausbauen und die neuen Sachen wieder einbauen. So, als allererstes müsst ihr euch ja entscheiden und ein paar Dinge kaufen. Und zwar geht es um das Dachfenster. Das Dachfenster gibt es mit einer Zwangsbelüftung als auch mit ohne Zwangsbelüftung. Wir haben hier das Fenster gerade mit der ohne die Zwangsbelüftung. Deswegen ist hier auch eine Gummidichtung sozusagen drin. Und das Ganze haben wir zweimal, weil wir auch zwei Fenster ja ausbauen. Dann braucht ihr natürlich ganz wichtig noch Reiniger. Das ist der hier. Das ist hochreiner Alkohol, also Isopropylnol. Das wird dann im Prinzip zum Reinigen benutzt. Ihr braucht das Dichtmittel. Das gibt es in schwarz, also in verschiedenen Farben. Wir haben es hier in weiß genommen, weil das Dach ist weiß, also das Auto ist weiß. Natürlich dürft ihr auch nicht vergessen diverse Werkzeuge. Ihr müsst einen Schraubendreher haben, also eigentlich alles, was man sowieso dabei habt. Dann gegebenenfalls eine Stichsäge, wo ihr daran denkt, auch ein Metall-Sägeblatt dort dabei zu haben. Denn vielleicht müssen wir ein bisschen was vergrößern oder aussägen, wie auch immer. Dann gibt es noch ein paar Schrauben dazu und so weiter. Also ihr seht, ich habe hier eine ganze Menge Werkzeug. Auch dort steht noch eine ganz große Kiste. Ich denke, das sollte reichen. Alles, was so dann genau benutzt wurde zum Schluss, können wir euch dann auch noch mal erzählen. Aber wir fangen jetzt erst mal damit an, die Klimaanlage auszubauen. Denn das ist das Erste, was wir machen müssen. Schauen wir uns jetzt noch mal kurz das Werkzeug an, was wir alles so brauchen. Stichsäge. Wir haben einen Universalkasten, wo wir viele verschiedene Bits und so weiter drin haben, mit Knarre und so. Messer ist ganz wichtig. Ersatzklingen ist auch ganz wichtig. Dann haben wir natürlich Schraubendreher, Messwerkzeuge. Da haben wir noch Isolierband, wir haben noch das Kreppband, die Spritze logischerweise mit dem Sika-Flex und zum Schluss natürlich nicht zu vergessen der Alkoholreiniger. Ganz wichtige Sache. Ja, und dann könnt ihr das Ganze relativ einfach mit ein bisschen Fummelei natürlich, aber relativ einfach könnt ihr das dann bewerkstelligen. Zur Demontage beginnen wir jetzt einfach erstmal die Klappe hier von der Klimaanlage abzumachen. Das ist einfach nur so ein Luftverteiler. Den kannst du einfach abziehen. Das ist nämlich magnetisch. So, und jetzt muss man halt gucken, wie das Ganze hier herangebaut ist. Ich sehe hier schon diverse Schrauben und da werde ich mir als allererstes erstmal einen Schraubendreher holen, damit wir die alle losschrauben und dann geht das weiter. Kreuz? Kreuz. So, wir haben jetzt die Verkleidung hier abgemacht. Das ist die schwarze Verkleidung. Dann kommt man an die Kabel ran, denn das ist ja wichtig, die abzuklemmen. Wichtig davor. Ihr müsst natürlich darauf aufpassen. Landstrom muss alles abgesteckt sein, denn wir wollen ja nicht, dass wir hier uns einen Schlag holen. Also von daher, da müsst ihr definitiv aufpassen. Das sind die Leitungen, die aus dem Dach kommen und das hier ist, was in die Klimaanlage selber reingeht. Ich habe das trotzdem noch mal isoliert, damit das trotzdem die Kontakte nicht korrodieren und so weiter. Also von daher, genau. Jetzt werden wir hier Schrauben lösen und dann werden wir diese Klimaanlage wahrscheinlich schon vom Dach kriegen können. Das heißt, der Kasten, der kommt nach unten und nach oben, nehmen wir die Klimaanlage einfach ab. Aber das gucken wir uns dann oben gleich an. Jetzt lösen wir erstmal die Schrauben. Die Schraube ist jetzt schon so weit raus und ich schraube übrigens immer noch. Also, da hat man auf jeden Fall eine sehr lange Schraube genommen. Ich weiß nicht, ob die denken, die haben hier irgendwie, keine Ahnung, 50 cm Dächer oder sowas. Ja, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen im Wohnmobil, aber okay. Also schrauben wir uns einen Bolz. Den Rahmen haben wir jetzt unten abgenommen. Wir haben die langen Schrauben rausgekriegt. Die Klimaanlage haben wir schon mal ein bisschen hoch gedrückt. Das heißt, sie ist jetzt frei und man kann sie jetzt nach oben abnehmen. Das ist natürlich relativ schwer gängig. Das heißt, man muss erstmal alles ein bisschen lösen und dann heißt das runterheben der Klimaanlage, denn die wiegt dann doch schon ein bisschen was. Also so mit meinen 30 Kilo komme ich glaube ich hin. Aber genaueres werden wir dann noch später sehen. Wir werden die jetzt erstmal runter wuppen. Da seid ihr nicht dabei. Da brauchen wir unsere Ruhe, dass das in vorsichtig und heile runter geht. Und ja, dann melden wir uns gleich wieder, wenn das Loch sichtbar ist. Ja, Loch ist im Dach. Kabel hängt hier noch rum. Das ist natürlich das noch von dem Strom, was wir ja gesagt haben. Der Marcel kann durchfassen, genau. Dreckig ist alles. Da kriege ich gerade meinen Reiniger. Das heißt, wir machen jetzt erstmal das Dach sauber und dann, wenn das sauber ist, dann wird das schön alles hoch rein gemacht. Ja, und dann werden wir schon mal das Fenster mal rein halten, um mal zu gucken, wie es denn passt. Denn uns fehlt ein Zentimeter. Das Loch ist ein bisschen kleiner. Äh, als wir eigentlich gedacht haben. Aber ist nicht schlimm. Notfalls müssen wir es ein bisschen größer machen. Aber dazu kommen wir gleich. Das Loch ist jetzt nicht ganz groß genug. Das heißt, wir uns fehlt ein Zentimeter, ne? War das? Ein Zentimeter. Das heißt, wir werden das noch ein bisschen größer sägen. Die Holzlatten, die werden in die Seite weiter reingehen. Und dann machen wir das ein bisschen größer. Dann haben wir hier den Rahmen. Das haben wir schon alles uns angeguckt. Das heißt, als erstes ist Ausschneiden angesagt. Dann sollen die Holzlatten da wieder rein. So steht es hier auch drin. Und dann kommt dieses Fenster dort eingebaut. Aber das Fenster muss hier, müssen diese Hülsen gekürzt werden. Denn das ist das im Prinzip der Abstand, wie hoch und schmal das Fenster ist. Wenn ihr übrigens das Fenster kauft, gibt es das in zwei verschiedene Ausführungen. Einmal für das etwas dünnere Dach. Das ist dieses hier. Wir haben hier 32 oder 33 Millimeter Dachstärke. Und dann gibt es noch welche, die sind noch größer. Die gehen bis 60 Millimeter Dachstärke. Da müsst ihr halt aufpassen, denn ab 43 Millimeter müsst ihr das größere Dach nehmen. Oder beziehungsweise das andere, den anderen Rahmen dann. Also das heißt, das ist dann extra zu kaufen. Da müsst ihr aufpassen. Ja, wir werden jetzt hier die Dinger noch abschneiden, kürzen. Und also für das Dach anpassend kürzen. Und dann heißt das da oben noch sägen. Das seht ihr aber gleich. Ich habe ja gesagt, wir müssen noch was anzeichnen. Das heißt, ich habe mir den Rahmen ein bisschen vergrößert. Das Kabel habe ich hier auf der rechten Seite, wo es auch rauskam, habe ich im Prinzip die Leiste raus. Bisschen die Isolierung noch raus, damit wir das Kabel dahinter verstecken können. Das ist also im Heilen dort hinter geblieben. Ich habe die Leiste wieder reingeschoben, auch ein bisschen weiter reingedrückt. Und wie man hört, die Säge fängt schon mal an fast zu laufen, hätte ich gesagt. Hier läuft sie oder hier ist sie. Und wir fangen jetzt an mit einem Sägeblatt, HSS-Sägeblatt, natürlich Metall-Sägeblatt, das Ganze ein bisschen zu erweitern. Ausgesägt haben wir. Hier haben wir die Sägeblatt, das Ganze ein bisschen zu erweitern. Jetzt habe ich Reiniger und dann wird das mit dem Reiniger schön an den Seiten alles schön sauber gemacht, dass das fettfrei ist und so weiter, dass das natürlich auch gut haftet. Und das Gleiche machen wir am Fenster auch noch mal und setzen dann Sickerflex da drauf, sodass wir, ja, das machen wir jetzt unten, dass wir dann eine Klebe-Funktion haben. So, alles ist jetzt fettfrei. Jetzt haben wir die Tube sozusagen etwas gerade geschnitten und haben dann so eine V-Form dort eingeschnitten. Denn man soll einen kleinen Hügel dort bilden. Das kann man damit dann ganz gut. Und jetzt heißt das halt einmal dran an dieser Rille. Und das machen wir jetzt, dass wir dort eine Wulst bekommen. Jetzt müssen wir mal warten, bis das Sickerflex kommt. So, jetzt geht's los. Gut. Fenster haben wir jetzt von oben eingesetzt. Jetzt kommt der Rahmen natürlich noch. Da sagt die Anleitung, den von unten draufsetzen. Jetzt muss man natürlich gucken, was ist jetzt vorne, was ist hinten. Und das ist so ein bisschen abgerundet hier. Man kann das ganz gut dann eigentlich erkennen. Vor allem, wenn man den anderen Rahmen hier drauf hält, dann sieht man das auch ganz gut, wie es am besten passt. Und dann wird der im Prinzip von unten drunter gesetzt. Ja, und wenn der dann drunter gesetzt ist, dann kommen die Schrauben dort rein. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal vorbereiten. Das heißt, so einfach direkt dran ist das auch nicht. Einmal vorbereiten, schrauben und dann schrauben durch. Na ja, fangen wir mal an mit das Gewicht erst. Ja, da könnt ihr ja nochmal 30 Kilometer nehmen. Ja. Der Rahmen, den haben wir jetzt angebaut. Natürlich über Kreuz angezogen. Das sollte mit 1,5 Newtonmeter angezogen werden. Jetzt sehen wir oberhalb auch, dass so ein bisschen das Sikaflex rausgeht. Das heißt, wir haben dann im Prinzip auch eine Dichtung da drauf. Jetzt geht es auf den inneren Rahmen. Da sind hier so eine markierten Punkte, die blenden wir mal auf dem Foto ein, im Prinzip hier vormarkiert. Und da setzt man im Prinzip diese kleinen Teile hier ein. Das sind diese Haken, die dann im Prinzip einfach zum Einklicken hier an den Seiten eingerastet werden. Ja, das war es eigentlich dann schon. Und dann ist das Fenster komplett eingebaut. Der Rahmen ging ganz einfach drauf. Der sitzt jetzt halt drauf. Jetzt hast du halt Fliegengitter auf der Seite. Und zur anderen Seite haben wir die Verdunklung. So sieht es aus, wenn es kein Fenster jetzt drin war, sondern die Klimaanlage. Und so ist es jetzt mit Fenster. Und ich sage mal so, es ist deutlich heller. Und du hast halt die Vorteile, wenn du hier im Küchenbereich kochst, einmal auf. Entweder in der großen Stufe oder halt in der kleinen. Dann hast du halt wenigstens noch ein bisschen Lüftung. Und dann können die, dieser Dampf und alles kann dann gleich abziehen. Und dann haben wir auch keine Probleme mehr. Jetzt machen wir uns noch ans hintere Fenster. Vorher guckt die Chefin natürlich auch nochmal durch, ob ihr das so gefällt oder nicht. Aber ja, eine Wahl hast du jetzt eh nicht mehr. Fenster ist drin. Dachfenster hinten. Als erstes ist erstmal eine Blende da drauf. Die Blende muss man runter nehmen. Und dann kommt man an Schrauben ran. Hier ist eine Schraube und von der Seite ist eine Schraube. Und dann schraubt man die Dinger erstmal raus. Somit kommt man dann auch prinzipiell an den Rahmen, sodass man den erstmal abnehmen kann. Und dann gucken wir weiter. Jo, jetzt schraube ich hier diese Teile raus. Das sind sozusagen diese Haken, die dann dafür sorgen, dass das Fenster noch drin ist. Es ist geklebt auf jeden Fall. Wenn ihr das austauschen wollt, dann müsst ihr natürlich die nochmal das freischneiden. Aber dazu kommen wir dann. Erstmal müssen wir natürlich die, diese Teile hier alle abmachen. Rundum, dass wir es überhaupt rauskriegen. Der Marcel nutzt gleich mal das neue Fenster aus. Ja, was soll man sagen? Das ist natürlich eingeklebt. Das war uns irgendwie klar. Das ist jetzt ein bisschen fummelig und da gilt es jetzt mit dem Cuttermesser ganz viel schneiden. Es handelt sich hier auch um das Sikaflex. Und das ist so elastisch, dass sich das halt gleich wieder festklebt. Also da müssen wir mal gucken. Wir werden wahrscheinlich gleich ein bisschen, wenn ich eine Reihe los habe, werden wir mal ein bisschen was an, wie heißt das, so einen Keil unterbringen, dass das ein bisschen hochkommt. Und dann schneide ich Stück für Stück immer weiter. Aber es ist ein bisschen Fummelarbeit. Also da muss man jetzt ein bisschen Geduld haben. Hier sieht man jetzt dieses Klebezeug sozusagen. Und man sieht es auch hier. Das klebt sehr schnell an den Fingern. Also ja, naja. So, es war sehr fummelig, aber wir haben es hingekriegt. Wir haben jetzt hier mit den Keilen gearbeitet. Das heißt, wir haben erst uns eine Ecke frei gemacht. Das war diese Ecke hier. Dann haben wir die Keile da immer Stückchen für Stückchen runter. Und dann sind wir immer weiter gegangen. Also das hat gut geklappt. Was natürlich jetzt noch runter muss, ist das ganze Sikaflex, was jetzt hier dran ist. Das ist klar. Das klebt auch ordentlich. Aber das werden wir schön mit dem Cuttermesser dicht an der Oberfläche abschaben. Und ich hoffe, dass das klappt. Und dann werden wir das noch alles schön sauber machen. Ergebnis? Seht ihr gleich? So, gut Ding hat Weile. Oder gut Ding will Weile haben. Äh, nicht? Es ist alles sehr, sehr sauber. Ich weiß. Ihr seht nur weiß. Aber so soll es sein. Keine Klebereste. Alles gut. Und jetzt werden wir alles vorbereiten. Nämlich das Fenster. Und dann geht das da auch rein. Klar, Vorbereitung ist auch an diesem Fenster natürlich nötig. Das heißt, auch hier kürzen wir wieder diese, äh, ja, diese Abstandshalter. Genauso nach Anleitung. Vorher nochmal gemessen. Das, falls es ja hinten ein bisschen dicker ist oder so, besser ist es nochmal zu messen. Und, äh, ja. Jetzt heißt das, äh, die Dinger auch wieder in Sisyphus Arbeit klein. Machen, abschneiden. Und, äh, dann bereiten wir das Fenster wieder vor. Mit Klebemasse. Seht ihr gleich. Alles nochmal gereinigt. Auch die Fläche vom Fenster nochmal gereinigt. Und dann geht das wieder mit unserem V-förmigen, äh, Profil. Muss man ein bisschen gucken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, äh, äh, schon mal, äh, im Prinzip ja genutzt gewesen. Geht das wieder ran. Und wir machen wieder unsere Wulst. So, jetzt haben wir das Dachfenster von hier oben. Ich werde das jetzt wieder aufsetzen. und dann, äh, ja, wird das dementsprechend gleich von unten noch wieder fixiert. Und dann war es das schon. Relativ easy. Einmal wieder geschaut, ob alles, äh, richtig drinne sitzt. Das tut es. Jetzt setze ich nur ein paar Schrauben an. Ähm, ähm, das heißt an jeder Ecke erstmal eine. Natürlich auch über Kreuz. Und dann wird das wieder angeschraubt, festgeschraubt, festgezogen. Ja, dann ist das auch dicht. Äh, nachdem wir das mit dem Nachbarn auch geklärt haben, dass die Post dann, äh, abgeholt wird. Wenn wir dann nämlich auch mal unterwegs sind. Ähm, haben wir jetzt, äh, nochmal hier diese, ja, diese Haken, die im Prinzip ja wieder überall rein müssen. Das Schöne ist, es ist hier alles vorgefertigt. Die haben zwar gesagt, äh, welcher Abstand das, äh, eingebaut werden muss, aber es gibt hier sichtbare Marker. Das ist wirklich kinderleicht gemacht. Also das ist wirklich gut. Hier sieht man diese Marker, diese etwas dickeren Wandungen. Und genau da muss auch dieser eingeklixt werden. Ja, das mache ich jetzt noch rundum. Und dann geht das Ding auch da drunter. So, und auch hier wird das jetzt eingeklixt. Überall. Zack. An allen Ecken und Kanten. Und dann lässt sich auch hier Fliegengitter bewegen. Und natürlich auch zumachen. Ich hab mir gedacht, wir gucken uns das Ergebnis noch einmal an. Also, schöne große Dachfenster. Wir haben bemerkt, es ist wirklich richtig viel Licht. Gerade das Fenster dort bringt uns echt viel Licht. Das ist schon genial. Vor allen Dingen, wenn du die Klimaanlage dann nicht brauchst. Alles super. So, einen Nachtrag haben wir hier noch. Äh, ich hab jetzt hier natürlich noch das Kabel. Was hier oben in die Decke reinläuft, ist das für die Klimaanlage. Das lege ich jetzt hier oben noch rein. Hab das natürlich auch nochmal abgenommen von der Hauptverteilung, dass das da gar nicht erst Strom bekommt. Und dann ist das auch sicher. Und dann kann da oben auch nichts passieren. Auch wenn da Listerklemmen drauf sind. Aber trotzdem ist das nochmal eine doppelte Sicherheit. Dies hier ist übrigens die Dose oberhalb. Ich mach das nochmal im Weitwinkel über der Küche. Hell wurde es hier. Wenn ich überlege, wenn ich hier früher gestanden habe, hat es mir immer sehr sehr dunkel. Und man sieht, hinten ist auch noch sehr hell. Und gerade scheint nicht die Sonne rein. Also es ist wirklich nur normale, also wir stehen im Schatten. Das Auto steht im Schatten. Genau. Ein schattiges Plätzchen haben wir hier. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das hier eigentlich gekostet? Das ist ja eigentlich ein komplettes Set, oder? Genau. Das Fenster ist ein komplettes Set. Das gibt es, wie gesagt, als entweder für diese Zwangsentlüftung oder halt ohne. Hier sind zwei Fenster ohne drin. Und ja, genau. Was hat es gekostet? Ich habe es nicht im Kopf. Müssen wir es einblenden. Ja, so zwischen, also weniger als 200 Euro auf jeden Fall. Ich glaube knappe 120. Aber es ist eingeblendet. Ja, ich glaube, damit haben wir täglich auf jeden Fall leichter gemacht. Aktuell, wir haben durchgemessen, 30,9 Kilo wiegt so eine... Ja. Mit dem Geraffel noch, was im Prinzip von unten dran war, 31 Kilo. Also alles gut. Wenn nicht sogar noch ein bisschen. Oder 31,5, vielleicht 32 Kilo. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel, was man sich dadurch einsparen kann. Und wie gesagt, man nutzt es nicht wirklich. Es gibt welche, das kann ich nachvollziehen. Wenn man Hunde hat und unterwegs ist, dann ist so eine Klimaanlage schon ganz gut. Aber dann muss man sie nutzen. Wenn man sie nicht nutzt, ist das viel, viel mehr wert. Von der Küche hier wird gekocht. Hier geht der Dampf sofort hoch. Besser kann man sich haben. Klimaanlage wird jetzt verkauft. Genau. Und ja, das heißt, wir müssen noch einen Kölfer suchen, aber das werden wir schon finden. Weil die ist noch gut. Wir haben sie getestet. Die läuft. Alles ist wunderbar. An dem Kreislauf mussten wir ja nicht ran. Es ist ja nur anschließend an Strom und mehr ist es ja nicht mehr von der Klimaanlage. Genau. Also, wie gesagt, könnt ihr mal gucken, vielleicht, falls ihr Interesse habt. Nur selbst auch, oder? Genau. Wird nicht verschickt, aber falls ihr Interesse habt. Ihr müsstet die bei Pine abholen. Genau. Wir können ja mal gucken. Ich glaube, bis das Video online gegangen ist, ist sogar vielleicht der Link von den Ebay-Kleinanzeigen. Ich glaube, da wird es reingesetzt. Genau. Online oder so. Da könnt ihr einfach mal schauen. Falls ihr Interesse habt, wenn nicht, ist nicht Problem. Wir werden es irgendwie, werden wir das dann schon los. Wir werden uns natürlich überrichten lassen, denn dieses Fahrzeug geht schon wieder auf Reisen ohne uns. Es ist die Schwierigkeit, dann fahren wir wieder los. Und sogar in windigen Gefilden. Genau. Wo es auch vielleicht das einmal mal regnen kann. Da werden wir einfach mal überraschen lassen. Was passiert. Also ich denke mal, eigentlich hat es ganz gut gemacht. Ja. Es wird noch ein bisschen was anderes technisch hier umgebaut. Nämlich die Batterien, die müssen erneuert werden. Die sind mittlerweile nicht mehr so ganz so top. Und wir haben ja noch welche von unserem Maligut von damals. Und von daher kriegt der Teddy diese Batterien rein. Die sind noch ein bisschen größer. Aber da werden wir kein Video zu machen. Das, denke ich mal, habt ihr schon oft genug gesehen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen nachvollziehen. Es ist relativ einfach nachzubauen. Wir gucken jetzt mal auf die Uhr. Naja. Also für beide Sachen. Zwei Stunden. Ja, ein bisschen mehr würde ich sagen. Genau. Ein bisschen herholen, ein bisschen aufräumen und so weiter. Vielleicht zweieinhalb, drei Stunden. Mach drei Stunden, dann seid ihr gut auf der Zeit. Gut. Das soll es gewesen sein. Bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzwald Camper. Ciao, ciao. Tschüss.